Oh Scheiße, es tut mir voll leid. Ich habe Sie echt zu spät gesehen. Den Schaden zahle ich natürlich. Also die Reinigung meine ich. Ja, ich mag den Mantel nämlich echt gern. Ja, Sie müssen gar nichts sagen. Das versteht sich ja von selbst. Ich weiß nicht, 10, 20 Euro, wie viel kostet sowas? Eine Million Dollar. Ernsthaft, wie viel? Eine Million Dollar. Entschuldigung, ticken Sie noch ganz richtig? Ey, sind Sie bescheuert? Sie haben ja eine Vollschacke, haben Sie ja.